Die Nasenkorrektor ohne OP, also eine der häufigsten Eingriffe, die wir hier durchführen, sicherlich auch deutschlandweit sind wir damit eine der häufigsten Kliniken, die hier so eine Behandlung durchführen, hat viele Besonderheiten, gerade weil viele Nasen unterschiedlich gebaut sind und trotzdem ein schönes und gesichtsharmonisches Ergebnis erwartet wird. Und dafür sollte die Behandlung immer durch einen Pfarrherz für plastische, ästhetische Chirurgie durchgeführt werden, der dieses Fach nicht nur beherrscht, sondern auch diese Nasenkorrektor ohne OP, die ja sehr häufig gemacht werden, auch in der Feinheit und im Detail dem Gesicht anpassen kann. Und so kann man jedes Mal glücklich darüber sein, wenn ein perfekt harmonisches Ergebnis dem Gesicht wieder zusteht.